Der Vollmer ist zurück. Überraschung! Und wo Vollmer draufsteht, ist auch Vollmer drin. Stefan! Was ist denn hier passiert? Eine coole neue Erinnerung. Habt ihr sie noch alle? Der Donnerstag ist Vollmer-Tag. Der Donnerstag ist Voll-Wei-Tag. Der Gekos ist jetzt auch wieder dabei, aber hey, ohne Stripper, ohne Schaumparty. Und warum sollen wir es dann machen? Weil ich mich in die Scheiße galoppiert habe und eure Hilfe brauche. Warum sagen Sie das nicht gleich? Wir sind alle Profis, die wissen, was sie tun. Genau meine Worte. Nur verbeamtet. Du willst ein Date? Ich will was? Ich mache ja auch keine Probefahrt in meinem Gebrauchtwagen. Sag mal, einfach mal unkompliziert, das geht bei euch nicht, hm? Eigentlich nicht.